Guten Abend, wir haben hier eine zunächst Folge von Lois of P. Hier haben wir Klimmenden Turmen weiter. Hier haben wir hier den Checkpoint. Da gibt man einen Schocknuss. Ich würde noch ein bisschen mehr Quarz feiern. Ah, du hast es gesehen. Ich habe dir deine Chance geblieben. Die Luft zerschnitten. Alle so Items, die ich nie nutze. Wie gesagt, sonst ist hier was in der Decke klebt. Kamille. Es ist wahrscheinlich die erste Puppe mit einem Ego, der die Orden entdeckt hat. Davor wurde Ergon nur als Preis für eine heilige Reise des Ordens angesehen. Es war ein Geschenk Gottes, aber sie wussten nicht, dass es die Wahrheit selbst war. Doch Gott schenkte uns nachher die Offenbarung, um uns zu erleuchten. Es war ein Wunder Gottes, dass Kamille zu einem Dienstmädchenpuppe gemacht wurde. Obwohl das Design noch in der Anfangsphase war, bringt Kamille ein Baby, das aus einem Kinderbett gefallen war, auf und rettete es. Ein solcher der Funktionen war im Entwurf nirgends zu finden. Die Aussehen und ihre Identität zu Lebenszeiten waren ähnlich, daher war es wahrscheinlich einfach für sie ein Ego zu manifestieren. Nachdem er Kamille eilig zu einer Untersuchung abgeholt hatte, fand der Orden heraus, dass sie Sprache versteht und erhielt eine Nachricht. Schickt mich zurück zu meinem Kind. Durch das Verhör und das Auseinandernehmen von Kamille hatte der Orden eine neue Möglichkeit Tür und Tor eröffnet. Wieder tauchte Kontrollmittel wie der große Bund auf, doch im Vergleich zu diesen Entdeckungen war das ein kleines Problem. Erko ist kein einfacher Machtstein. Bis um Abend das Leben durch Erko können wir die Tür zum ewigen Leben öffnen. Wache auf, entwickle dich, steige auf. Mit diesen Entdeckungen wird die Menschheit Unsterblichkeit erlangen. Wache auf, entwickle dich, steige auf, entwickle dich, steige auf. Ich gehe berühre auf, entwickle dich, steige auf. Ich gehe. Und hier waren wir schon. Irgendes großen, sehr heiligen Grundschmerz. Alles crazy hier. Irgendes schon über Leichen, hier waren wir schon. Aber noch nicht. Frage ist, lohnt sich das da überhaupt runterdrobben zu lassen, Leute? Lohnt es sich das überhaupt? Ich will mal kurz gucken, ob es hier irgendwo ein Checkmuss gibt. Was denn? Das ist jetzt wirklich so falsch. Ich würde diese 2. Ich will nicht wieder den ganzen Weg ablaufen. Was ist denn das eigentlich wieder für so ein komplizierter Weg? Stellt euch mal vor, das ist schon wieder euer Arbeitsweg. Hattet ihr Bock, dann jeder den ganzen Tag diesen Weg hier lang zu laufen? Oder zur Arbeit zu gelangen? Einfach unbestimmig, sowas. Nein. 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 Oh Gott, ich hab dich mal auf. Hey. Wünschen, es sollte mehr versteckte Sachen geben. Wünschen, es sollte weniger in den Eilers sein, wenn die Waffe gewünscht werden. Wünschen? Wünschen, ein Jackpot. Lass mich vor allem in die Kiste erinnern. Giese, giese. Brauchen wir vielleicht wieder Heilung. Einen neuen Rahmen. Weniger Damage nehmen wir doch. Wir haben aber noch nichts Neues gefunden. Von der Panzerung her. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Nein! Wenn ich gleich die Gelegenheit nutze, mich einmal zu resetten. Was? Auch wenn es wahrscheinlich wieder irgendeine Mülle ist, die ich nicht brauche. Aber du wirst nicht an mir vorbeigekommen. Sag ich doch. Irgendeine Mülle, die ich nicht brauche. Das ist ja auch mein kleines Stück Leben wieder. Ich würde gerne den Völker sagen, dass wir noch umgucken, wie weit wir die noch brauchen. Aber da wir so weit unten noch am Boden sind. Ich denke, es dauert noch ein bisschen. So. So. Der hat das ein Trumpfen her. Ich dachte gerade kurz, mich verfölkt etwas. Ich bin jetzt hier. Jetzt gehen wir wieder nach unten. Das will ich doch gar nicht. Wach. Ich bin ja auch in das eigene hier das mal. Die ganze Zeit nutzt ja keiner. Jetzt sind wir wieder nach unten leider. Falsch halt weg. Eigentlich nicht wieder. Geht doch bis jetzt. Penso. Pico. So. Haben sie nur mit dir gemacht. Das ist mal so ein netter Kerl. Aha. Dann haben wir wieder den Dreifaltigkeitsschlüssel hier. Das ist aber keine Belohnung. Oh, mein. An actual, factual guest. Ich wünsche euch willkommen, Puppet of Geppetto. Das ist unser erstes F-Face-Face-Meeting, ist es? Und ich hoffe, dass ihr nicht zu verabschieden zu den Rhymen. Es wird sein, ohne den Transmitter zu helfen. Willkommen in meinem Sanctum Wittels. Ich versuche, dass ich wirklich nicht erwartet, dass ihr diese Reise in person gemacht habt. Oh, das Häusch ihr müsst ihr durch den Weg fangen. Es ist viel Blut, außer dem was... all über dich. Ich weiß alles über diese Alchemist-Kowards. Hütteln. 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 Also, spannen unsere Lüger. Du? Oder du noch praktischst du die Leer's Art wie nur du kannst? Du musst. Antwort. Die Frage ist einfach. Aber ich sage es. Du musst. Antwort. Und diese Antwort wird zeigen, was oder wer du bist. Oder wer du bist? Wer du bist? Du hörst kurz. Und hörst du den Rang. Oder die Antwort zu dieser, werden wir aus der Lage sein. Bist du ein Puppet? Oder ein Mensch? Welcher bist du? Du bist ein Mensch? Du bist ein Mensch? Du bist ein Mensch? Endlich! Du verstehst? Du bist ein Mensch? Ja. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Erg. Aber wir leben. Wir denken. Wir lieben. 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 Well, ha, these moments of clarity are enjoyable. Now, the rhyming, it helps me maintain focus. At least it helps me hide the urge to kill that I feel every waking moment. But no play can go on forever. It was fun while it lasted, son of Geppetto. Now, the King of Riddle shall now retire. The play is over. Aren't you tough? This bird is about you. Why? What if I... The play? Oh, well, thanks, Chimesh. I have even... I have a new outfit. I have to do that. I have to do that, guys. I have to do that. I have to do that. I have to do that to our best mask. And we see fresh out. The guy is a lot of work. That's insane. Can we say, there is going on? Alter. Geh wann im Biosch? Was ist das? Ich sage mal, da müssen wir so aufpassen, ne? Da müssen wir uns drunter ziehen. Ja, Schottkart. Was heißt das jetzt? Gibt's oben weit? Töhnisch müssen wir eh nach oben. Den hätten wir wahrscheinlich nach unten müssen. Oder nicht? Ja, wir gehen mal nach unten. Ich habe schon eine Weile keinen Checkpoint mehr gesehen. Mal gucken, wie uns die Scheiße hinführt. Oh, wer exactly are we? Oh mein Gott, das ist ja so. Können wir sagen, gehen wir weiter lang. Wo können wir mal? Oh mein Gott, das ist ja so. Machen wir mal Auge. Hier kamen wir, Leute. Ist das also der Shortcut? Ganz unten war auch noch ein... Ich kriege jetzt mal nach ganz oben. Fahrstuhl. Einmal Raum. Da. Halten. Da, nochmal ein Fahrstuhl. Bin verwirrt. Müssen also so gucken, wie es heimt es sich gibt. Oder wenn nicht so der Fall zu sein. Was ist jetzt? Oh. Oh. Also, Prostkampf. Wenn's verwirrt, soll ich jetzt nach unten oder nach oben? Was hätten denn die Shotcut, Leute? Wisst ihr was, dann lasst uns doch mal zurückgehen. Erstmal ein, zwei, äh, wahrscheinlich zwei oder maximal drei Level Ups machen. Dann schauen wir mal weiter. Jetzt haben wir hier einen schnelleren Weg nach oben. Und nur Fahrstuhl fahren. So, geben wir noch kurz das E-Man. Zeigen ihnen, was Glücklichkeit bedeutet. Das schöne ist, es heißt ja mittlerweile nicht mehr die Zahnräder haben sich gedreht, sondern mehr so, wir spüren Wärme. Wir sind menschlich. Hallo. Hallo, Milo. Es fühlt sich gut. Wie... wie... durch den Sonn getrunken. Es ist ein großartiges Gefühl. Wie der Start des Spring. Danks. Danks. Ich denke... Wenn ich jemanden Freunde mache, dann kannst du nicht immer mein einziger Freund sein. Ah, danke. Hab ich sogar gebraucht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und somit auf Wiedersehen. Ich bin... Ich bin...